Und ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben in Zeiten, ich konnte das nur vom Hören sagen, in Zeiten zu leben, die so zerbrechlich, so brüchig und so dünnes Eis sind. Und ich glaube, es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, und das ist glaube ich in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an uns, dann liegt es an uns zu diktieren, wie eine Gesellschaft ausgesehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, wer ist fehl am Patzer, die in der Gesellschaft ist offen, humanistisch, bietet Menschen Schutz und Karriere, und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daran austreiben, kein Millimeter nach rechts, kein einziger Millimeter und ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben in Zeiten, ich konnte das nur vom Hören sagen, in Zeiten zu leben, die so zerbrechlich, so brüchig und so dünnes Eis sind. Und ich glaube, es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, und das ist glaube ich in Österreich nicht anders als in Deutschland, dann liegt es an uns, dann liegt es an uns, zu diktieren, wie eine Gesellschaft ausgesehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, für Schied am Patzer, die in der Gesellschaft ist offen, und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daran austreiben, keinen Millimeter nach rechts, keinen einzigen Millimeter nach rechts oder so, oder so, oder so. Graf doch!